Baba, damals wolltest du keinen Hund, warum? Ja, weil ich habe Angst vor dem Hund. Hast du immer noch Angst? Nein, jetzt ist Queen gekommen, ich habe keine Angst. Okay, wer mag schon mehr, mich oder Queen? Queen. Warum? Weil die hört besser als du. Auf dich? Ja. Gib mal meinen Hund her und tschüss, Queen Kongassi. Tschüss.